herzlich willkommen zu einem neuen video heute mit poker video forex ich handle 60 sekunden mein startrate beträgt 200 euro ich gehe mehrmals hintereinander mit dem gleichen betrag ein die finmark strategie funktioniert natürlich hier auch so ich bin eingestiegen aktuell sind alle drei trades im gewinn jetzt nicht mehr sieht aktuell gut aus sehr schön schöne lange kerze sehr schön alle drei trades gewonnen schauen uns ich schaue mir jetzt noch mal kurz den wirtschaftskalender an heute wichtige news im australisch dollar gleichen britisch fund später dann noch cut us dollar anfängern rate ich jetzt nicht zu schreden weil wir in drei minuten wichtige nachrichten haben bank of england news sind außerordentlich wichtig und haben auswirkungen auf sämtliche währungspaare wer sich für meine strategie interessiert und diese erlernen möchte findet den link zu meiner webseite in der beschreibung viel spaß und viel erfolg bis zum nächsten mal ciao